Mein Name ist Eckbert Eibel. Ich bin Antiquitätenhändler aus Deutschland. Jetzt gerade bin ich in Wawre auf der Antiquitäten- und Kunstmesse. Nächsten Monat vom 16. bis 19. März findet eine Messe in Hassel statt. Auch dort werde ich einen Messestand haben und zeige Ihnen dort Biedermeier- und Barockmöbel. Ausgefallene Möbelstücke. Es lohnt sich also zu kommen. Auch meine Kollegen aus Deutschland sind anwesend. Es wird ein reiches Angebot sein. Aus Deutschland, Frankreich, Holland, Belgien. Es lohnt sich zu kommen. Also ich lade Sie recht herzlich ein.